Dreht mal eine türkische Serie, die wirklich jeder kennt. Ozan, liebst du mich? Ähm, ja. Bist du mit der Schule schon fertig? Ja. Verdienst du Geld? Ja. Dann lass uns heiraten. Ja, ich will. Ich lasse mich scheiden. Du hast deinen Job verloren und bringst kein Geld nach Hause. Alles wird wieder gut, versprochen. Ich liebe dich doch. Ich dich aber nicht verstanden und jetzt geh. Was? Er ist Millionär geworden?